Matthias Reim-Christin Stark, Babybauch. Neues Foto sorgt für Spekulationen. Nachwuchs Nummer 2 für Matthias Reim und Christine Stark. Ein Foto der beiden löst Rätselraten bei ihren Fans aus. Christine Stark sorgt mit Foto für Babyspekulationen. Wächst da was heran? Matthias Reim, 66, hat in seinem Liebesleben einiges erlebt. Viermal hat er ja gesagt, dreimal ließ er sich scheiden. Mit seiner vierten Ehefrau Christine Stark, 34, soll es dieses Mal für immer halten. Doch immer wieder gibt es Spekulationen um eine Krise oder gar Trennung. Jene Schlagzeilen trotzen die beiden jetzt mit einem ziemlich heißen Foto auf Instagram. Darauf besieren die Schlagerstars in ihrem Griechenland-Urlaub vor einem Infinity-Pool. Christine trägt nur einen Bikini, darüber hat sie eine leichte Tunika geworfen. Von hinten strahlt der Sonnenuntergang das Paar an. Ein traumhaftes Foto finden die Fans. Einigen Followern fällt allerdings ein Detail an der 34-Jährigen auf. So fragt ein User in den Kommentaren, kleines Bäuchlein. Auch ein weiterer Kommentar lautet, ich sehe da ein Bäuchlein. Wächst da was heran? Dass derartige Fragen nicht angebracht sind, scheint noch nicht bei allen angekommen zu sein. Umso entsetzter reagieren viele Follower auch auf jene Kommentare. So merkt ein User an, wo sollen die Organen denn hin? Schau doch mal, wie schlank sie ist. Sie steht dazu im Hohlkreuz. Können sich Christine Stark und Matthias Reim ein weiteres Kind vorstellen? Christine Stark und Matthias Reim sind vor zwei Jahren Eltern eine Tochter geworden. Für den verdammt ich lieb dich Interpreten ist es bereits das sechste Kind. Mit Anfang 60 noch einmal Vater zu werden, wollte er eigentlich nicht. Wie er 2021 in einem Gala-Interview verritt, ich habe nicht mehr die Nerven dazu, nachts mit einem weinenden Baby auf und ab zu gehen, damit der Rest der Familie schlafen kann. Die Zeiten sind vorbei. Das war aber auch schon bei meinen bisherigen Kindern so. Ich bin nicht der Typ dafür, das war nie wirklich mein Ding. Ich konnte das einfach nicht. Nach der Geburt von Töchterchen Zoe hat sich seine Einstellung da etwas verändert. So erklärte er auf Nachfrage gegenüber das neue Blatt. Also ich sage immer, sag niemals nie. Wenn meine Frau auf die Idee kommen sollte, sich noch ein Brüderchen oder ein Schwesterchen für Zoe zu wünschen, dann kriegen wir das auch noch hin. Aktuell scheint Nachwuchs bei Christine und Matthias aber nicht geplant zu sein.